Wir wissen ja, wo wir langen müssen. Sag mal, was tun sie bei mir jetzt gerade so viel? Andere Leute würden jetzt sagen, zu spät schon tot. Ey, ey, Kinders! Ey, Kinders! Behaltet's. Okay. Okay. Du hast die Nagelpistole, ne? Und dich nehme ich mich auch mal mit, weil du hast einen guten Zoom. Und du hast so viel Zoom und so viel Stärke in der Power, dass man dich benutzen kann. Nicht muss, aber kann. Und ich benutze die gerne. Kann ich nicht von hier? Jetzt teile ich auf den Minimap. Hallo! Ich glaube, ich kann von hier. Okay. Ja, ich bin hier außen rumgegangen. Genau. Und dann standen die ganzen Spackos hier. Wow. Nein! Nein! Gott, das ist der Aim. Habt ihr das gesehen? Dieses göttliche Aim. Und im Hintergrund spielt eine Melodie, die hört sich fast an wie mein Wecker. Dann bin ich gut. Okay. Mann! 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 Das war's. Wow, das war's knapp. Das war's. Okay. Okay. Jetzt haben wir eine der besten Waffen gefunden. Die Typ-Tab-7-Raketen-Partikel-Waffe. Sie ist die stärkste. Ich glaube, die stärkste Waffe. Er zeigt an, wieviel Meter. Hat 10 Schuss. Noch 10 danach zum Nachladen. Sie sind keiner von denen. Hey! Ja, ja, hier. Tin. Wir haben... Alle Eingänge sind versteckt, aber ich habe kurz dazugeben. Okay. Laden sieht aus, als hätten wir die Daten. Sie haben... Na jaa... In der Luft sind Sie sicherer. Na klar. Wenn Sie es nicht für uns tun, dann muss es für Helis. Also. Tempo, holen wir meinen Vater. Sie warten schön in einem sicheren Haus, bis das hier vorbei ist. Was? Keine Bande, Ihr Vater kommt zu Ihnen, sobald wir ihn gefunden haben. Auf keinen Fall. Ich gehe erst, wenn ich weiß, dass es Ihnen gut geht. Vergessen Sie es, ich gehe kein Risiko mehr ein. So. Äh, wo waren nochmal unsere Missionsziele? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mal Missionsziele anzeigen lassen. Danke. Starten. Okay. Ähm, danke. Alles ist aber auch ein cooler Name. So. Check, womit gespeichert. Das heißt, es wird wieder gefickt. Und zwar die Gegner. Mich. Alles ist aber bitte zur Seite. Alles ist aber bitte zur Seite. Okay. Okay. Hier runter. Okay. Komm. Wo bleiben die? Hallo. Willkommen. Hopp. NPCs begleiten. Das ist so, als würde... Ja, Reiner, Reiner. Hopp, 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 hopp. Ihr macht echt keine halben Sachen, oder? Nein. Sag mal. Ich knall dich ab. Pass auf, was du sagst. Warum leuchten alle Etagen auf? Oh oh. Jemand drückt auf die Rufknöpfe. Fertig machen. Geht erst zu, wenn wir fertig sind. Ich stelle mal eben Mucke lauter. Nein, das wollte ich nicht. Sound. Auf ein neues. Ja, das ist hier. Oh, was geht's sonst so, Alice? Hm? Na, nicht so ein Gespräch, anscheinend. Tschüssi. Ah, diese Fahrstuhlmusik. Einen noch. Was ist da los? Was ist mit dem Strom passiert? Ich warte hier. Meine Freundin kommt mich besuchen. Das ist passiert. Nein. Nein. Shit. Okay. Weilen wir uns weiter. Ich bin nicht durch. Wir müssen. Okay, wir müssen hoch. Geht nicht anders. Okay. Okay, wir haben es geschafft, okay, weiter, wir müssen weiter. Flucht, Intervall 007, so, wir haben es geschafft und damit beende ich jetzt mit der Aufnahme. Ich gucke mir jetzt an, wie es alles ist, ob es alles funktioniert hat und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder oder in der nächsten Folge, ich würde sagen, bis dann auch da rein und Cheerio, nachdem ich dann hier gespeichert habe. Ciao.